Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutchener und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns nur als Necrolord erspielen können. Und zwar habe ich das hier schon einmal im Inventar. Es schimpft sich gepanzerter, auserwählter Taurerlust. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt am Anfang mal an und danach gucken wir uns an, was wir alles tun müssen. Denn es ist ganz schön viel und das Video dürfte ein wenig länger werden. Holt euch was zu trinken, das wird ein längerer Ritt, aber erstmal das Mount hier. Wir lernen das jetzt einmal und dann gucken wir mal rein. Taurerlust und ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile schon einige. Wir wollen uns aber den gepanzerten Auserwählten anschauen. Den haben wir einmal hier. Und das ist jetzt quasi die weiße Version mit ein bisschen zusätzlichen Panzerungen. Ich finde die gepanzerte Version immer wesentlich geiler. Und hier setzen wir einmal das Mount in Mode ein. Auf jeden Fall eine schicke Sache. Und ja, hier vorne gibt es auch eine ungepanzerte Version. Die weiße, auf die wir nachher auch noch eingehen, weil Teile der Achievements, die wir gleich machen müssen, dann für das Mount auch die kleinere Version beinhalten. Die anderen Mounts, die hier in der Liste mit drin sind, da habe ich auch schon Videos zu gemacht. Also einfach in der Mount-Playlist ein bisschen durchgucken. Da ist dann zu jedem von diesen Mounts ein Video. Außer zu dem letzten hier, das hole ich mir noch. Und dann gibt es da auch noch eine kleine Aufklärung. So, was müssen wir jetzt machen für den gepanzerten Auserwählten Taurerlust? Wir müssen quasi ein Meta-Achievement abschließen. Und zwar habe ich das schon einmal gemacht. Das heißt hier Abhackliste für Tote. Und dafür müssen wir die unten genannten vier Achievements einmal abschließen. Dann gibt es einmal einen Bonustitel. Der schimpft sich der, die Monströse. Und das bereits gezeigte Mount. Was müssen wir jetzt für die Unter-Achievements machen? Fangen wir mal mit den leichteren an. Wir haben hier einmal das Achievement alles abwickeln. Für alles abwickeln müssen wir 100 Anima-gebundene Wickel beim Beschwören von Visectus beisteuern. Und wie das funktioniert, will ich euch mal zeigen. Man muss die Monstrositätenfabrik Minimum auf Stufe 2 haben. Dann kann man diese Anima-gebundenen Wickel bauen. Und ihr müsst euch jetzt von den Anima-gebundenen Wickeln insgesamt 20 bauen. Heißt, ihr braucht 200 von dem Schleierstoff im Auktionshaus kaufen. Und oder selber farmen. Baut dann diese komischen Wickel. Und dann lauft ihr zu dem Kollegen hier, zu dem Beschwörer Gerard. Und da könnt ihr einfach die Wickel dann abgeben. Und dann wird dementsprechend hier Visectus beschwört. Der hartscht dann hier rum und macht hier hinten dann die Schwarzhundkiste auf. Den könnt ihr dann auch quasi beschützen. Und können dann die Schwarzhundkiste da hinten rausholen. Die wird noch später relevant für die anderen Achievements. Übrigens, es kann sein, dass hier andere Spieler schon ein paar Sachen beigesteuert haben. Dann ist er vielleicht schon von 100 auf 50 Prozent oder so. Und könnt ihr nur noch die Hälfte abgeben. Dann müsst ihr kurz warten, bis er quasi hier wieder neu spawnt. Und dann könnt ihr wieder Zeug abgeben. Oder ihr switcht einen Server. Also dieser Visectus ist ein Gemeinschaftsprojekt aus allen Leuten, die hier auf eurem Server als Necrolord unterwegs sind. Und dementsprechend kann es sein, dass ihr bei ein, zwei Beschwörungen Zeug beisteuern müsst, um dementsprechend das Achievement abschließen zu können. Dann kommen wir zum nächsten Unterachievement. Monströse Montage. Und für dieses Achievement müssen wir jedes der folgenden Konstrukte durch die Kunst der Monstrositätenfleckerei bauen. Wie funktioniert das jetzt genau? Wir brauchen als erstes die Monstrositätenfleckerei. Die könnt ihr bauen, wenn ihr im Sitz des Premios als Necrolord einmal Mana und Seelen investiert und dann bastelt ihr die hoch. Pro Stufe braucht ihr mehr Seelen und ihr braucht auch mehr Anima. Auf Stufe 1 könnt ihr dann eine Handvoll dieser NPCs bauen, indem ihr einfach bei dem Kollegen hier drüben Rattan ein paar Quests annehmt. Da müsst ihr dann hier an dieser Monstrositätenfleckerei quasi auf so Seelen klicken und könnt dann einfach diese Seelen nehmen. Braucht ein paar Ressourcen, die ihr von ihm am Anfang bekommt. Und dann könnt ihr ganz easy an dem Tisch hier diese Seelen zusammenflicken. Ihr könnt die hier nur sehen, wenn ihr sie quasi noch nicht gebaut habt. Und dann bastelt ihr die. Im späteren Verlauf braucht ihr immer mehr Ressourcen. Und zwar formbares Fleisch braucht ihr zum einen immer. Und das andere, was ihr dann noch braucht, sind hier hochwertige Teile. Diese Ressourcen kriegt ihr aber nebenbei ständig rein. Und zwar kriegt ihr das formbare Fleisch aus allen möglichen Mobs raus, die ihr hier in Shadowlands umhaut. Und diese hochwertigen Teile bekommt ihr unter anderem von den Weekly Quests, die ihr hier machen könnt. Jeder NPC, den ihr baut, hat dann immer auch eine Weekly Quest. Die könnt ihr dann einmal die Woche machen und kriegt diese hochwertigen Teile raus. Beziehungsweise die gibt es auch zusätzlich dann nochmal durch Missionen. Wenn ihr eure Monstrositätenflickerei hochbastelt, könnt ihr dann bei jedem Upgrade 2, 3, 4 neue von denen bauen, bis ihr am Ende Einigkeit baut. Heißt, fast alle bekommt ihr einfach durch Quests hier, Seelen rein, bauen. Bis auf zwei Mobs. Und diese zwei Mobs sind zum einen Miru und Nena. Und jetzt ist es so, dass ihr Nena, ja, euch holen müsst. Und zwar braucht ihr da die Monstrositätenflickerei auf Minimum Stufe 2. Und dann müsst ihr hier nach oben gehen, auf die Koordinaten 69, 40. Dort oben ist dann ein Käfig, wo die Seele von Nena drin ist. Und direkt daneben, wirklich 5 Meter weg, so ein Elite-Lichter. Der hat, glaube ich, so 60, 70 K Leben. Der ist nicht sonderlich stark. Den bockst ihr um, der droppt einen Schlüssel, geht zu Nena hin, macht den Käfig auf, quatscht sie an, kriegt eine Quest, dann müsst ihr sie nochmal anquatschen. Ich wollte schon lostigern, dachte, ich bin fertig, ihr müsst sie nochmal anquatschen. Dann seid ihr mit der Quest fertig, die gebt ihr hier ab und dann könnt ihr Nena auch bauen. Easy. Den zweiten Mob, den wir haben, Miru, den müsst ihr euch auch besorgen über eine Quest. Und dann müsst ihr hier runter, auf die Koordinaten 24, 31, etwa hier ist der Eingang. Und dort müsst ihr in so einen Höhlengang rein. Und da habe ich, naja, genau, hier habe ich mal das Ganze aufgenommen. Wenn ihr dann da reinkommt, ne, dann habt ihr quasi einmal hier diesen Gang. Und dort gibt es dann zwei Ketten, die ihr drücken könnt. Eine Kette ist hier hinten, die macht hier eine Kiste auf. Und eine Kette ist hier etwa, die macht hier ein Gitter auf. Und ihr müsst die Kette hier drücken, also ihr müsst hier nach rechts laufen, hier die Kette drücken, hier geht das Gitter auf, da ist dann der Mob drin, Miru. Und da müsst ihr eine Quest machen, dass ihr den Boss hier tötet. Und dann geht es halt auch zurück zur Monstritätenflickerei. Und dann habt ihr quasi Miru, ne. Mehr ist es tatsächlich nicht. Warte mal, wir können mal hier ein bisschen vorspringen. Da bin ich, glaube ich, irgendwo reingelaufen. Ah ja, da hinten war es, glaube ich, irgendwo. Ja, genau, hier haben wir diese Kette, seht ihr das? Und die müsst ihr quasi runterziehen. Die können wir einfach hier runterziehen, diese Kette. Und dann geht quasi das Gitter auf. Können wir hier mal ein bisschen vorspringen. Ihr seht schon hier auf der Map, da haben wir dann einmal die Quest drin. Und die können wir annehmen und dann müssen wir den Boss töten. Und mehr ist es eigentlich nicht. Genau. Gut, und sobald ihr dann die beiden Extrasälen quasi hier auch noch gebaut habt, habt ihr das Achievement. Ja, also ihr braucht das Minimum auf Stufe 5, dass ihr quasi alle anderen bauen könnt. Und die einen beiden müsst ihr quasi noch einmal suchen und dann craften. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr das Achievement. Und es gibt zusätzlich, seht ihr als Belohnung, Reittierbelohnung, auserwählter Taurerlust. Das ist dieses schicke Mount hier, auserwählter Taurerlust. Das können wir uns gleich auch nochmal hier anschauen, auserwählter Taurerlust. Das ist quasi dieser, ja, nackte Taurerlust. Es gibt den dann auch nochmal in gepanzert. Den müsste ich hier auch noch haben. Den gibt es dann fürs Meta-Achievement. Dann kommen wir zum nächsten Achievement und zwar schimpft sich das monströse Momente und für dieses Achievement müssen wir einen Haufen Weekly-Quests abschließen. Diese Weekly-Quests bekommt ihr bei den NPCs, die ich euch eben gezeigt habe, wie ihr sie craften müsst, außer die beiden, die wir uns extern besorgen können. Die haben keine Quests, also Nena und Miru, die haben keine Quests. Alle anderen haben Quests und hier ist es so, dass sie nicht nur eine Quest haben, sondern die haben, ja, manche von den NPCs haben einen Pool aus Quests. Also die haben zwei, drei, vier Quests verschiedene und da man immer nur eine pro Woche machen kann und die random rotieren, kann es ein paar Wochen dauern, bis ihr alle abdenkt. Aber keine Panik, wenn ihr jede Woche die Quests alle durchguckt und schaut, welche euch noch fehlen, dann ist es eigentlich kein Stress, dass ihr nach und nach alle Quests fertig habt. Also das ist halt einfach drei, vier Wochen immer die Quests mitmachen auf Stufe 4 von der Monstrositäten-Fabrik und dann habt ihr eigentlich alle Quests zusammen. Das ist einfach nur so ein bisschen ein Achievement, wo man dranbleiben muss, dass man jede Woche mal guckt, welche Quests am Start sind. Dann kommen wir noch zum letzten Achievement. Kleider machen Monstrositäten. Für dieses Achievement müssen wir 25 der unten aufgelisteten Mode-Accessoires durch die Kunst der Monstrositäten-Fleckerei erschaffen. Zusätzlich gibt es dann noch das Achievement Mode-Monstrosität und für dieses müssen wir halt alle bauen. Heißt, für das eine Achievement müssen wir 25 bauen und für das andere alle, ich meine, es sind insgesamt 35. Für das Meta-Achievement brauchen wir aber wohlgemerkt nur die 25. Heißt, ihr müsst für das Meta-Achievement nicht unbedingt alle machen, da brauchen wir nur den kleineren Erfolg. Für den größeren, wo es dann halt nochmal 10 Punkte zusätzlich gibt, muss man dann halt alle bauen. Wie funktioniert das Ganze? Wir brauchen, wie schon zu erwarten war, einmal die Monstrositäten-Fabrik. Und zwar, wenn wir alle bauen wollen, müssen wir das auf 5 haben. Für das andere Achievement reicht tatsächlich die Stufe 4 auf jeden Fall schon aus. Ich weiß nicht, vielleicht reicht auch 3 aus, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe mit 4 auf jeden Fall das 25. Achievement machen können. Mit 5, also 5 brauchst du aber auf jeden Fall für das letzte Achievement, weil ein paar Sachen werden erst mit Stufe 5 freigestalten. Gut, wie funktioniert das Ganze? Wir haben einmal die Monstrositäten-Fabrik und können dann hier verschiedene Mode-Accessoires herstellen. Wir können verschiedene Köpfe herstellen, wir können verschiedene Schulterteile herstellen, wir können verschiedene Rückenteile herstellen und sonstige Sachen. Was können wir mit dem Zeug machen? Wir können nämlich unsere Monstrositäten ausrüsten. Damit, wir nehmen jetzt einfach mal hier Einigkeit und dann können wir ihm hier Sachen auswählen. Zum Beispiel den Kopf, können wir zum Beispiel sagen, du kriegst einen Eierhut. Dann müsste er, ja, seht ihr, er hat hier so einen Hut drauf. Oder wir können sagen, er kriegt irgendwas anderes, einen Rücken, Fass mit Fischen. Dann hat er ein Fass mit Fischen drauf. Also wir können die individuell zusammenbasteln, davor müssen wir sie aber einmal herstellen. Und ähnlich wie bei den Monstrositäten an sich, die wir einfach hier craften können, können wir die Sachen craften. Mit höherer Stufe werden die Pläne einfach hier quasi implementiert. Ihr müsst keinen Plan selber finden oder so. Umso höher eure Stufe ist, umso mehr kriegt ihr die Pläne hier rein. Außer einer, aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Gut, wie funktioniert das dann? Ihr habt dann hier diese Sachen und ihr braucht meistens zwei, drei Mats. Oft sind es formbares Fleisch, was ihr einfach von allen Mobs in Shadowlands kriegt. Oder ihr braucht einfach den ganz normalen Schleierstoff. Und dann braucht ihr immer noch spezielle Mats. Ihr seht hier, da steht dann Monstrositätenflickerei dran. Unten mit dran. Und da seht ihr schon, das sind besondere Mats, die ihr nur als Monstrositätenflickerei-Mats habt. Und die werden aber auch aus Handwerksmaterialien gezählt. Heißt, die könnt ihr hier unten, wie ihr seht, zum Beispiel diesen Hut, auch auf die Bank packen. Manche Sachen kriegt ihr ganz am Anfang und könnt sie noch nicht verwenden. Und dann packt ihr einfach hier in eure Handwerksmaterialien rein. Dann könnt ihr sie auch von der Bank aus verwenden, so als kleiner Tipp. Und dann könnt ihr einfach so ein Zeug herstellen. Ich würde mal sagen, wir stellen jetzt mal das her, was mir noch fehlt. Das sind hier die rudimentären Schwingen. Wir stellen das einfach her. Und dann seht ihr, ploppt es einfach auf, dass wir das als Mats hergestellt haben. Als Erfolgsfortschritt. Wir haben nichts im Inventar. Und können das dann einfach bei den Typen ausrüsten. Ich habe jetzt halt noch das Achievement gekriegt, dass ich die ganzen, ich meine 35 Teile fertig habe. Und wir schauen uns jetzt einfach mal zusammen komplett an, wo ihr hin müsst, beziehungsweise was ihr machen müsst, um die Sachen zu kriegen. Denn teilweise ist es tricky. Manchmal kommt es einfach random aus Kisten mit raus. Manchmal muss man einen bestimmten Rare töten. Manchmal muss man in eine bestimmte Position hin. Oder man braucht halt einfach auch ein bisschen Glück, um das ein oder andere kriegen zu können. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr jetzt nur noch ein, zwei Teile fehlt und ihr das eher schriftlich sehen wollt. Auf www.head hat hier jemand eine schöne Auflistung auch gemacht. Da habe ich auch relativ viel von meinen Versuchen rausziehen können. Es sind nicht alle Sachen drin, aber die meisten zumindest. Und das werde ich euch einmal nochmal hier unten rein verlinken. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Teile an. Wir fangen jetzt einfach mal oben an und gehen mal bis ganz nach unten runter. Als erstes haben wir hier den adretten Zylinder und da haben wir einfach nur Stoff. Den könnt ihr überall finden oder mal Auktionshaus kaufen und übergroßer Hut. Und den übergroßen Hut, den bekommt ihr durch verschiedene Wege. Es gibt eine bestimmte Kiste in Revendrest, so eine Secret Chest heißt sie. Da kann man die herkriegen. Viel einfacher könnt ihr es aber bekommen. Einmal durch Cordy, das ist einer der NPCs hier, wo man dann mit Cordy einen extra Button klickt. Das kennt ihr sicher, wenn ihr hier schon mal die Weekly Quest gemacht habt. Der läuft rum, gräbt so Schätze aus und in diesem Schatz kann unter anderem der übergroße Hut drin sein. Und dementsprechend ist es relativ einfach zu farmen. Eine zweite Option ist dann Zahnstocher. Das ist auch ein Mob, den man hier mitnehmen kann. Hier hinten haben wir ihn. Der hat dann ein Feature, dass er einmal auf den Boden stampfen kann. Und da gibt es ja auch mehrere World Quests oder mehrere Weekly Quests, wo man das machen muss. Und dann kann er ja quasi eine Kiste rausholen. Und in der Kiste kann dann auch der Hut drin sein. Also es gibt da verschiedene Wege. Dann als nächstes die Blutkrone. Da haben wir den Kranz des Adenwalds. Und dann hier noch so ein Kräuterzeug. Das könnt ihr euch einfach im Auktionshaus kaufen. Den Kranz des Adenwalds. Den bekommen wir unter anderem auch über Zahnstocher. Und zwar, wenn wir im Adenwald eine Quest haben. All Stompy Ground schimpft sich die im Englischen. Und wenn ihr dann im Adenwald die Quest offen habt und mit ihm rumsucht, dann gibt es eine Buried Cage heißt das. Und da kann quasi der Kranz drin sein. Heißt, wir nehmen auch wieder Zahnstocher mit und tun im Adenwald die Kiste ausbuddeln mit seiner Sonderfähigkeit. Das nächste, was wir haben, ist dann Dundas Hut. Und ja, so heißt sowohl der Hut als auch dementsprechend das Item, was wir brauchen, Dundas Hut. Zusätzlich brauchen wir dann noch ein bisschen Stoff. Und Dundas Hut können wir von einem NPC kaufen. Und zwar Kiri, Klangklinge, schimpft sich der. Und der befindet sich hier oben am Flugpunkt. Das ist etwa bei den Koordinaten 54, nee, 54, 30, genau, hier oben am Flugpunkt. Also einfach den Typen anquatschen. Kiri, Klangklinge, der verkauft uns dann dementsprechend den Hut. Als nächstes haben wir dann den Eierhut. Und für den Eierhut braucht man formbares Fleisch. Wie gesagt, das kriegen wir von allen NPCs hier aus Shadowlands. Und dann haben wir zerbrochene Eierschalen. Und diese zerbrochenen Eierschalen, die können wir uns bei einem NPC kaufen. Und zwar Mama Tomalin, das ist dieser Mob hier. Das hat die aber nur im Angebot, wenn ihr es noch nicht gekauft habt. Und vorher eine Voraussetzung. Und zwar hat sie auch eine Quest, die nennt sich Baker's Dozen. Und dafür müsst ihr, ähm, ja, 5, nee, 13 von diesen Gorneiern im Ardenwald holen. Heißt, das ist halt eine von ihren Weekly-Quests, die sie, die sie gibt. Die switchen ja immer mal wieder durch. Und die müsst ihr vorher einmal erledigt haben. Und erst dann könnt ihr dementsprechend diese Eierschalen euch hier quasi kaufen. Das nächste Item, was wir haben, Festtagsmütze. Dafür braucht man auch wieder formblaues Fleisch. Und schwerer Seidenfaden, beziehungsweise roter Farbstoff. Diese beiden Materialien könnt ihr euch, wenn ihr mal Haar kaufen. Oder wenn ihr clever seid, geht ihr einfach in Ogrima oder in SW zum Schneiderlehrer. Und da stehen NPCs rum, die verkaufen das Zeug beides. Und da müsst ihr halt nicht horrende Auktionshauspreise zahlen. Also da müsst ihr einfach nur ins Auktionshaus einmal gehen oder zum Händler. Dann haben wir als nächstes die Kochmütze. Und die Kochmütze, die verkauft auch hier uns diese NPC. Ne, müssen wir wieder zur Mama rüber. Die wird auch einfach verkauft. Zusätzlich brauchen wir noch ein bisschen Stoff. Den solltet ihr aber so relativ easy gedroppt bekommen. Oder vom, ja, Auktionshaus. Übrigens für diese sauberen weißen Hut, ne, diese Kochmütze, braucht ihr anscheinend keine Voraussetzung. Also da gibt es keine Quest, die ihr vorher erledigt habt. Die kriegt ihr einfach. So. Dann als nächstes haben wir Krone der Unwürdigen. Und dafür brauchen wir poröse Steine. Die kriegt ihr relativ günstig aus dem Auktionshaus. Oder ich meine, als Bergbau könnt ihr euch die selber holen. Sind aber Abfallprodukte und sind meistens für wirklich wenige Silber nur im Auktionshaus. Und dann haben wir noch längst verloren geglaubte Krone. Und diese längst verloren geglaubte Krone, die kriegen wir auch wieder über Cordy. Das ist der kleine Typ, den man rumflitzen lassen muss. Und der buddelt ja die Schätze aus. Und dementsprechend in einem von den Schätzen kann das Ding drin sein. Dann kommen wir zum nächsten Item und zwar zu dem Piratenhut. Da brauchen wir wieder ein bisschen Stoff und ein außerweltlicher Hut. Und diesen kriegt ihr durch Cordy, wenn ihr ein bisschen rumscheucht und Schätze suchen lasst. Dann haben wir das rote Augenlinse. Und dafür braucht ihr einmal hier diese Handvoll Bolzen und den Fluxus. Die beiden könnt ihr von einem Ingi-Lehrer bekommen oder einem Ingi-Händler. Könnt ihr das einfach kaufen, beziehungsweise wenn ihr da nicht suchen wollt, könnt ihr das auch einfach im Auktionshaus erwerben. Dann die Ventil-Brille. Die bekommt ihr ebenfalls durch Cordy oder durch Zahnstocher bei den beiden Worldquests, die in Revendrest stattfinden. Also einfach Zahnstocher mitnehmen und in Revendrest bei den Worldquests ein bisschen auf dem Boden herumstampfen. Dann gibt es den Schädelpilz. Und für den Schädelpilz brauchen wir formbares Fleisch und zusätzlich Fungus H-Tonicum. Und dieses Fungus H-Tonicum gibt es von einem NPC, der verkauft uns das. Der heißt Tonja Tollkopf. Und Tonja Kollkopf befindet sich hier bei der Weggabelung, hier in der Mitte, auf den Koordinaten 4041. Dann kommen wir zum nächsten Item. Und zwar Schädelschoner schimpft sich das. Da brauchen wir auch wieder ein bisschen formbares Fleisch. Und dann ein Item ungewöhnlich großer Schädel schimpft sich das. Und das gibt es wieder durch verschiedene Sachen. Wir können Cordy losschicken. Der kann es uns droppen. Dann gibt es eine Quest beim Zahnstocher. Also bei jeder Quest kann das mit in der Kiste drin sein, die ihr rausholt. Und dann gibt es noch einen NPC. Endlaura schimpft sich der. Und dieser Endlaura befindet sich in Revendrest. Und zwar haben wir den hier Endlaura. Das ist ein Rare. Und der kann das Ding auch droppen. Also sprich, hier gibt es drei Wege, sich das zu besorgen. Wenn, dann haut er gezielt den Rare um. Oder ihr packt einen der beiden anderen NPCs aus. Als nächstes haben wir Strahlenkranz der Reinheit. Und da brauchen wir dann einmal so einen Edelstein hier. Den gibt es einfach im Auktionshaus. Oder wenn ihr Juve seid, könnt ihr selbst die Erze aus Shadowlands sondieren. Und kriegt dementsprechend die. Aber ich würde euch einfach empfehlen, kauft es in Auktionshaus. Also es kostet zwischen 1 und 10 Gold. Einer von denen, also die sind relativ günstig. Und dann haben wir schwebender Reif. Und dieser schwebende Reif, den könnt ihr euch in der Kiste holen. Und zwar ist die Kiste hier in der Bastion. Und die ist hier, ne, Truhe des Wolkenwanderers. Und, ähm, wie, die schwebt halt mitten in der Luft, ne. Und ihr müsst quasi, hier unten ist so eine Blume. Und dann könnt ihr auf die erste Blume, auf die zweite, die dritte, das hüpft ihr so hoch, bis ihr zu der Kiste kommt. Die könnt ihr, glaube ich, nur einmal die Woche looten. Und da ist dann dementsprechend das Item drin. Bei mir war sie das erste Mal drin. I don't know, ob das Glück war. Vielleicht müsstet ihr auch ein, zwei Wochen hintereinander aufmachen. Dann haben wir den letzten Hut, und zwar Zauberhut, oder Zaubererhut. Und dafür brauchen wir wieder ein bisschen Stoff. Und großer Schlapphut. Und diesen großen Schlapphut, den können wir uns wieder bei einem NPC kaufen. Diesmal hier in Reventress. Und zwar hier unten, bei den Koordinaten 51, 78. Dort ist ja ein NPC, der verkauft uns Sachen für verschiedene Fleische. Der heißt Tartru und der kann das Item verkaufen. Und ihr braucht halt immer, jeden Tag ist es anders, irgendein Fleisch aus Shadowlands. Also heißt, ihr müsst da am besten mal vorbeischauen und gucken, was ihr braucht. Da oben ist übrigens ein Postkasten. Falls ihr das Auktionsausmount habt, könnt ihr da auch schnell das Fleisch dann kaufen und dann wieder zurückkommen. Sonst müsst ihr halt irgendwo anders, wenn dann schon mal alles Fleisch vorbereiten oder halt zweimal hinlaufen. Weil, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, was bei euch, welches Fleisch er als Währung hat, weil es halt ein bisschen random ist. Dann kommen wir jetzt zu den Schultern. Mit den Köpfen sind wir jetzt einmal durch. Und da haben wir als erstes abgerichtete Leichenläuse. Und dafür brauchen wir formbares Fleisch und dann auch selbiges Item, abgerichtete Leichenläuse. Dieses Item, das kriegen wir von dem Rare. Und zwar haben wir den hier oben. Das ist Smorgas, der Schmauser. Und der kann das einmal droppen. Ich habe es tatsächlich beim ersten Mal gekillt, als ich das hier dann auch craften konnte. Das sei immer dazu gesagt, mir scheint es so, ob man erst die Teile kriegt, wenn man auch die Monstrositätenfabrik so hoch hat, dass man quasi damit was anfangen kann. Zumindest war es bei mir bei den Rares so. Als nächstes haben wir klebrige Katze. Und dafür brauchen wir formbares Fleisch und Schleimkatze. Und Schleimkatze ist ein Item, das wir uns holen müssen. Und zwar müssen wir das looten. Das befindet sich einmal etwa hier unten im Haus der Seuchen. Und wie wir da genau am besten hinkommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Also ihr könnt ja über zwei Wege hingehen, wenn ihr benutzt den Port beim Flugpunkt. Oder ihr macht das so wie ich, dass ihr hier auf diesen höchsten Punkt hochlauft. Und dann den Goblin-Gleiter zieht und dann einmal hier komplett runtergleitet. Alternativ könnt ihr halt durch dieses komplette gesupptes Gebiet durchlaufen, wo es dann halt auch den Debuff gibt und die ganzen ekligen Mobs sind. Oder wie gesagt, ihr fliegt so wie ich mit dem Goblin-Gleiter einfach hier direkt hin. Und dann seht ihr, es steht da drüben auf einem von diesen kleinen Inselchen, die Katze, die lootet ihr und dann habt ihr das Item. Mehr ist es nicht. Also hier nochmal vielleicht auf der Map, da seht ihr, wo das Ding ist. Und ja, mehr müsst ihr da tatsächlich auch nicht machen für. Dann das nächste, was wir craften können, ist die schöne Kerzenanrichte. Und dafür braucht ihr mal Draxus-Kerzen. Und diese könnt ihr euch bei einem NPC kaufen. Atticus schimpft sich der, wenn ihr die Monstrositäten-Fabrik auf Stufe 5 habt. Dann könnt ihr euch das nur kaufen. Dann haben wir Schultersporen und dafür brauchen wir formbares Fleisch und Fungushartonicum. Und das hatte ich ja euch vorhin schon gezeigt. Das könnt ihr hier bei dem NPC in der Weggabelung hier in Maldraxxus kaufen. Als nächstes haben wir dann Trumper und dafür braucht man wieder formbares Fleisch und kleines bewegliches Skelett. Und das kann ein bisschen nervig sein. Nämlich für das kleine bewegliche Skelett müsst ihr einmal nach Revendreth. Und dort habt ihr, hier oben müsste es sein, genau hier, da sind so Grifte. Und diese Grifte könnt ihr mit Schlüsseln aufmachen. Und ihr müsst diese Grifte aufmachen und die Schlüssel bekommt ihr von den ganzen Mobs, die hier rumlaufen. Am besten kann man es hier farmen von diesen Gräbern. Also ihr haut die Gräber hier um, kriegt Schlüssel, macht die Gruft hier auf oder mehrere Grifte. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eine Kiste und in der Kiste ist dann dementsprechend das Item drin. Und ja, das kann aber ein bisschen dauern. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr halt einige Grifte aufmachen, weil nicht immer die Kiste drin ist, sondern auch mal NPCs und andere Geschichten. Also das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Dann kommen wir zu den nächsten Items und zwar fragwürdige Puppe. Und dafür brauchen wir formbares Fleisch und einmal ausgestopftes Konstrukt. Und dieses ausgestopfte Konstrukt können wir von einem NPC kaufen. Und das ist einmal einäugiger Jobby. Und der befindet sich hier, etwa bei den Koordinaten 53, 41. Einfach aus dem Typen hingehen und das Ding kaufen. Das nächste, was wir haben, ist Vogel der Freude. Und dafür brauchen wir wieder das Fleisch und ein Item heißt auch Vogel der Freude. Und dieses können wir ebenfalls kaufen. Und zwar ist das diesmal in der Bastion. Und hier sind wir hier unten. Gehen wir ein bisschen näher ran. Da haben wir einen Händler Tabix und der ist etwa hier. Da steht er bei den Koordinaten 33, 37. Händler Tabix. Und der verkauft uns das und dann können wir das einfach auch craften. Gut. Und damit sind wir mit den Schultern tatsächlich auch durch. Dann kommen wir als nächstes zu den Rückenteilen. Und zwar haben wir da als erster energieloser Gravitationsrucksack. Und dafür brauchen wir zwei Items, die vielleicht der ein oder andere aktive BFA-Mechagon-Spieler noch kennt. Energiezelle und Kiste mit Ersatzteilen. Und diese beiden Items kriegen wir beide auf der Insel Mechagon. Heißt, wir müssen einmal zurück nach BFA, ins geliebte BFA, zwinker, zwinker, und zwar auf die Insel Mechagon. Und hier können wir uns die holen. Wahrscheinlich habt ihr vielleicht noch ein paar auf der Bank liegen. Wenn nicht, dann fliegt ihr hier einfach rum und öffnet die Kisten. Da könnt ihr beide Items bekommen, beziehungsweise die aufgeladenen Energiezellen könnt ihr auch über eine Quest aufladen. Die ist aber nicht immer am Start. Und zwar hier in dem Lager. Ich meine, hier könnt ihr die Unaufgeladenen aufladen. Weil ich kriege in den Kisten nicht nur aufgeladene Energiezellen, sondern meistens leere. Und dann müsst ihr die hier halt einmal aufladen. Wenn ihr hier auf Mechagon nichts gemacht habt, dann müsst ihr halt länger rumfliegen und Kisten aufsammeln, bevor ihr jetzt die ganzen Quests macht, bis ihr zum Aufladen kommt. Dauert vielleicht ein bisschen. Genau, also da kriegt man die beiden Mats. Vielleicht habt ihr die auch noch auf der Bank liegen. Übrigens, die Ersatzkisten, die müsst ihr bei einem NPC umwandeln. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wenn ihr keine kompletten Kisten kriegt, könnt ihr das auch. Im Lager ist so ein NPC, da müsst ihr ein paar Quests machen, dann könnt ihr den am Anfang freischalten. Und der wandelt euch 250 von den kleinen Teilen um in diese quasi Ersatzkisten-Kiste. Also wenn ihr die Kisten nicht direkt droppt, sondern nur die kleinen Teile, könnt ihr die halt umwandeln. Aber da müsst ihr ein bisschen in die Insel reinspielen, dass ihr dementsprechend die Option habt. Dann als nächstes können wir Fass mit Fischen und basteln. Und dafür braucht ihr einfach die kompletten Fische hier aus Shadowlands. Heißt, wenn ihr dann selber angeln in den verschiedenen Zonen oder einfach im Auktionshaus kaufen, zum aktuellen Zeitpunkt dürften die nicht mehr sonderlich teuer sein. Als nächstes haben wir Ingenieurs-Rucksack. Und dafür braucht ihr wieder Ingenieurs-Muts. Wie gesagt, einfach zum Ingenieurs-Händler eures Vertrauens gehen und die kaufen. Und dann haben wir leeres Schlummer-Trunk-Fass. Und dieses leere Schlummer-Trunk-Fass, das kriegt ihr, indem ihr es einfach anklickt. Und ja, wir müssen einmal hier hinten rein, hier ins Haus der Auserwählten. Bei den Koordinaten 37, 75 ist ein Eingang. Und da müsst ihr rein. Und ich meine, ihr müsst dann, wenn ihr reinlauft, quasi nach links und dann nochmal nach links. Also ihr lauft rein in den Gang, dann geht es links hoch und dann nochmal in den Gang links. Und da steht dann einfach ein Fass drin, das müsst ihr aufmachen. Das habe ich leider nicht mit aufgenommen und man kann es, glaube ich, nicht nochmal dann aufmachen. Also einfach hier links und nochmal rein. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es da war. Das habe ich vor einer Weile schon gemacht. Aber auf jeden Fall ist es da drin. Dann ist das nächste Item hier die Panzerung. Und für die Panzerung braucht man püröse Steine. Einfach im Auktionshaus holen. Und dann haben wir Schwarzstahl-Rückenplatte. Und die Schwarzstahl-Rückenplatte, die kriegt ihr aus der Schwarzhundkiste raus. Und die kennt vielleicht schon der ein oder andere. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Die Schwarzhundkiste, die habe ich heute schon aufgemacht. Die befindet sich hier unten. Und diese Schwarzhundkiste ist hinter einem Gitter. Wenn das Gitter offen ist, habt ihr Glück, könnt ihr einfach reinlaufen und so looten. Da sind ein paar Elite-Mobs davor. Heißt, man muss es, wenn dann, schnell looten oder man haut die halt um. Das ist etwa bei den Koordinaten 44, 40. Und wenn die nicht offen ist, dann müsst ihr am besten Server hoppen. Oder ihr könnt es auch selber öffnen als Necrolord. Indem ihr ein paar Bandagen bastelt. Vesectus rausholt und ihn quasi komplett hier mitbegleitet. Der läuft bis hier hin und lasert das dann auf. Also er macht dann dementsprechend einfach das Tor auf. Dauert aber ewig. Ich bin meistens faul. Server hoppe einfach nur so lange, bis es irgendwo offen ist. Dann muss ich es nicht selber aufmachen. Aber ihr könnt es auch selber aufmachen, wenn ihr keinen Server findet, wo es offen ist. Genau. Dann haben wir das auch. Das nächste ist Rückenpilze. Und für diese Rückenpilze brauchen wir Fungushartonicum. Mittlerweile das dritte Mal von dem NPC hier. Da haben wir uns ja schon ein paar Mal geholt. Übrigens, ihr könnt immer nur eins tragen. Also wenn ihr die drei Teile, wo das Fungushartonicum benötigt wird, alle craften wollt, müsst ihr immer wieder hinlaufen, wieder zurück, weil die einzigartig sind. Total dumm gelöst. Und das zweite Item, was wir dafür noch brauchen, ist einmal das hier, Todesschickling-Samen. Und diesen Samen bekommen wir von dem NPC, Todesschickling. Einfach den Rare umhauen und der droppt euch dementsprechend dann das Item. Zusätzlich brauchen wir da noch formbares Fleisch. Aber das kriegt ihr von den ganzen Mobs. Dann haben wir als nächstes Rucksack des sicheren Fallens. Und den Rucksack des sicheren Fallens, da brauchen wir einmal Schleierstoff und Bausatz für sicheres Fallen. Und den Bausatz für sicheres Fallen, der ist tatsächlich ein bisschen tricky. Okay, und zwar sind wir hier hinten, etwa bei den Koordinaten 60, 44, irgendwo hier so, da stehen zwei Säulen. Und auf der, wenn wir jetzt von hier kommen, auf der rechten Säule, ist auf der Säule oben quasi der Bausatz. Und da kommt ihr eigentlich nur durch einen Weg hoch. Es gibt hier in der Nekropole, hier in Maldraxxus gibt es eine Nekropole, wenn ihr den, wenn ihr quasi einmal dieses Transportnetzwerk ein bisschen ausgebaut habt. Ich meine auf zwei schon, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig. Fliegt ihr hier rum und dann müsst ihr quasi in den Sitz des Primus rein, in die Nekropole. Und dann, wenn ihr etwa hier oben seid, mit diesem Vogel sprechen und der fliegt euch dann runter. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal kurz an. Also, ihr lauft hier dann einmal in euren Sitz des Primus rein. Und dann hoffe ich mal für euch, dass ihr das Transportnetzwerk ein bisschen ausgebaut habt. Jetzt müsst ihr das richtige Portal finden. Das ist das hier in der Mitte. Wenn das nicht bei euch aktiv ist, müsst ihr euer Transportnetzwerk ein bisschen weiter abbauen. So, das portet euch jetzt dann hoch zu dieser Nekropole. Die fliegt einmal in Maldraxxus außenrum und zwar immer im Kreis. Und jetzt ist es so, dass wir hier, ich habe erst versucht, da runter zu springen, das geht nicht. Ihr müsst hier einmal diesen Vogel anquatschen. Und mittels diesem Vogel wollen wir da runterfliegen. Ihr müsst halt schauen, wo ihr auf der Map seid. Und der springt dann so runter. Ich habe hier den Goblin-Gleiter eingesetzt. Dann komme ich nämlich näher quasi an diese Säule ran. Ihr seht, hier sind zwei Säulen. Eine rechts und eine links. Und wir brauchen hier diese rechte Säule. Und jetzt flattern wir hier runter. Mit dem Vogel kann man auch an einer bestimmten Stelle quasi hinspringen. Aber ich habe sie lieber safe mit dem Goblin-Gleiter gemacht. Dann könnt ihr einmal diesen Bausatz looten. Und das war es im Endeffekt. Ich wüsste keinen anderen Weg, wie ihr ohne diese Nekropole quasi hier hochkommen sollt. Also einen anderen Weg fällt mir tatsächlich nicht ein. Dann kommen wir zum nächsten Item. Und zwar Rucksack von Sammler Kasch. Und dafür brauchen wir formbares Fleisch und Kasch-Plunderbeutel. Und wer hätte es gedacht, wir können den von Sammler Kasch bekommen. Und zwar ist das ein Rare. Der befindet sich hier unten bei den Koordinaten 48, 23. Dann kann es aber anscheinend auch noch von einem anderen NPC kommen. Und zwar Leichenschneider Morrock. Der ist aber deutlich stärker. Und ja, man könnte den auch umhauen. Aber wie gesagt, Sammler Kasch droppt es auch. Und der ist wesentlich easier. Und dann haben wir es auch anscheinend noch von Gress. Der hat aber auch ein bisschen mehr Leben. Da könnte es aber theoretisch auch von herbekommen. Dann gucken wir mal das nächste Item an. Und zwar rudimentäre Schwingen. Das war ja mein letztes Item, was mir noch gefehlt hat. Da brauchen wir einfach formbares Fleisch, hochwertige Teile. Und roher Serfan-Flügel. Und das ist einfach ein Item, was wir bei Kochkunst auch brauchen können. Das könnt ihr einfach mal Aktionsaus kaufen. Oder die so Mobs selber umhauen. Aber ich weiß gar nicht, was das droppt. Ich habe mir die Dinger einfach mal Haar gekauft. Kostet haben bei mir auf dem Server 2 Gold pro Stück gekostet. Also es war marginal tatsächlich. Dann als nächstes haben wir 6 Meilen Rucksack. Und da brauchen wir einmal formbares Fleisch. Und den 6 Meilen Rucksack. Und den kriegen wir durch verschiedene Quellen. Und zwar einfach wieder durch Cordy. Dann durch den Zahnstocher. In allen möglichen Quests können wir es kriegen. Und dann gibt es anscheinend noch eine Stelle in Revendreth, wo man das looten kann. Wo man einen Goblin-Gleiter aber braucht, um hinzukommen. Ganz ehrlich, ich habe das einfach durch, glaube ich, Cordy bekommen. Und dementsprechend habe ich das nie gemacht. Aber das Ding soll hier unten sein. Bei den Koordinaten 58, 84 in Revendreth. Da kann ich jetzt euch aber nicht zeigen, wie man da genau hinkommt. Weil ich habe das, wie gesagt, über Cordy geholt und habe das nebenbei bekommen. Ich vermute irgendwo, dass man hier hoch muss und dann mit dem Goblin-Gleiter hier rüber gleiten, dass man da rankommt. Und dann haben wir jetzt noch ein einziges Teil, und zwar das Seuchenpaket. Und dafür braucht ihr einfach nur hochwertige Teile, dass ihr das craften könnt. Das Problem ist, wir brauchen zwar nur die hochwertigen Teile, aber das ist ein bisschen tricky. Das ist das einzige Teil, was wir quasi aktiv aktivieren müssen. Es ist nämlich so, dass wir dieses Seuchenpaket nur bekommen können, wenn wir ein bestimmtes Transmog-Teil uns holen. Ich kann jetzt mal euch auch mal zeigen, wir basteln das jetzt mal hier als Schulter, nee, als Rücken drauf. Wo haben wir es? Seuchenpaket. Und ihr seht schon, wie es aussieht. Der eine oder andere weiß sicher, was ich meine. Es gibt nämlich zwei Transmog-Teile, und zwar Vorlagen, Rücken, und hier sind die. Die sehen nämlich genauso aus, und eins von den beiden müsst ihr euch holen. Das ist nämlich der markllose Eindämmungsrucksack und dann schäbiger Eindämmungsrucksack. Diese beiden Dinger gibt es, und einen von den beiden braucht ihr, und erst dann könnt ihr das Teil craften. Wo kriegt ihr die her? Ja, einen von beiden kriegt ihr durch Blubberblut, hat eine relativ ätzende Drop-Chance, schäbiger Eindämmungsrucksack. Da habe ich ja auch schon mal ein Transmog-Video dazu gemacht, ne. Das ist der leichtere. Und das zweite Teil könnt ihr beim Reservoir der gemischten Monstrositäten bekommen. Und dann gibt es einen Mob, der schimpft sich öliger Infani-Bratt. Und das ist der schwierigste von denen, weil da müsst ihr in dieses Becken quasi von allem Zehen reinhauen. Und ihr wisst, wenn ihr da schon mal wart, dass da immer irgendwelche Hongs dann die Mischung am Ende versauen und zehnmal das gleiche ist am schwierigsten. Und dieser, ähm, ja, Infani-Bratt-Typ, der ölige Infani-Bratt, der kann ein Item droppen. Und dieses Item startet eine Quest, wo man ziemlich viel Zeug für machen muss, für diese Quest. Und am Ende kriegt man den Rucksack. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht und auch gezeigt, wo man was dann besorgen muss. Aber eins von diesen beiden Items braucht ihr. Und erst dann kriegt ihr quasi das Seuchenpaket. Da müsst ihr zwar dann kein Special-Item mehr für holen, aber das ist das, aber da müsst ihr halt vorher erstmal aktivieren, ne. So viel, äh, zu dem Ding. So, dann kommen wir zum Endspurt. Und dann schauen wir uns nämlich die letzten vier Teile an. Die werden gelistet unter Sonstiges. Und als allererstes haben wir dann die Bedienungsanleitung. Und für diese Bedienungsanleitung brauchen wir einmal das dunkle Pergament, was wir uns bei einem Inschriftenkunde-Lehrer besorgen können. Und zum anderen haben wir Fleischnarz-Aufzeichnungen. Und diese Fleischnarz-Aufzeichnungen kriegen wir von einem Rare. Und der schimpft sich Giga hier in Maltraxus auf den Koordinaten 32, 35. Der kann übrigens auch einen Mount droppen, falls ihr das noch braucht. Könnt ihr da mal vorbeischauen. Habe ich auch schon ein Video zugebastelt. Und als nächstes haben wir dann die Ersatzwaffe. Und diese Ersatzwaffe kriegen wir, ähm, dadurch, dass wir eine Truhe voller Ersatzwaffen uns besorgen. Und diese Truhe voller Ersatzwaffen kriegen wir auch wieder aus der Schwarzhundkiste raus. Die sich hier unten befindet. Könnt ihr einmal täglich looten. Wie ihr die öffnet, habe ich euch vorhin schon einmal erklärt. Dann haben wir als nächstes Gesetzlosenflagge. Und für die brauchen wir 20 von dem Schleierstoff. Und dann noch einen seltsamen Stoffhut. Und den seltsamen Stoffhut bekommen wir durch einmal Sachen, die durch Kordi ausgebuddelt werden. Dann einmal durch den Zahnstocher bei jeder wöchentlichen Quest. Und dann gibt es noch drei Rares, die den droppen. Und zwar einmal wieder unser Morrock. Dann der Sammler Kasch hier unten. Und Gress kann das auch droppen. Und das aller allerletzte Item, was wir dann noch offen haben, ist einmal hier Schmetterlinge. Und für dieses brauchen wir formbare Fleisch. Und dann freundliche Krabbeltiere. Und diese freundlichen Krabbeltiere wiederum, die bekommen wir im Ardenwald. Und zwar von einem Mob, nicht die Nachtmeere, sondern der Schlummernde Kaiser. Und der Schlummernde Kaiser ist ein Mob, der ein bisschen tricky ist. Der hat um sich rum so eine grüne Traumwolke rum. Und wenn ihr da hinlauft, dann kommt ihr ein paar Meter weit. Und dann werdet ihr quasi eingeschläfert und könnt nichts mehr machen. Und dann werdet ihr aus diesem Traum nach ein paar Sekunden wieder rausgeportet. Und ja, war nichts. Ihr müsst quasi hier rein und schnell genug an die Nähe von ihm oder E-Schaden machen, dass ihr ihn aufdeckt. Und dann könnt ihr ganz normal gegen ihn kämpfen. Wenn ihr es halt nicht schafft, werdet ihr immer wieder rausgeportet und funktioniert halt nicht. Ich beim Druid habe es folgendermaßen gemacht. Ich bin mit meiner Reisegestalt rein, habe den Sprung eingesetzt und vorher habe ich schon die Baumrinde gezogen. Mit meinen Dornenranken mache ich dann um mich AE. Ich wurde dann zwar kurz eingesleebt, habe um mich AE gemacht, habe ihn damit rausgetaggt, den Rare Mob, und konnte ihn danach umhauen, weil er mich kittet hat und dann bin ich nicht mehr gesleebt. Mit anderen Klassen müsst ihr vielleicht, ich glaube ein Leuchtfeuer geht auch rein oder ihr schmeißt irgendeinen AE, einen quasi, ja, vielleicht die Arcane Explosion als Magier oder einen Feuerregen als Hexenmeister. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Wenn eure Klasse vielleicht nichts hat, dann müsst ihr vielleicht auf Verbündete zurückgreifen und oder wahrscheinlich gehen auch diese INGIE-AE-Bomben, dass ihr ihn rausholen könnt. Also da müsst ihr so ein bisschen rumprobieren, was ihr vielleicht machen könnt, um ihn da rauszukriegen, den Rare. Oder ihr wartet auf andere Leute, die euch dabei helfen können. Gut, damit wären wir dann mit den ganzen Accessoires durch und wenn ihr alle geholt habt, kriegt ihr dann beide Achievements, sowohl das für 25 als auch für alle, ich meine 35 Vorlagen. Damit sind wir dann am Ende vom Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!